Hallöchen liebe Leute und willkommen wieder zurück zu Let's Platin Legend of K. Wir sind ja in den Nebelinseln hier bei dem Sumpf und jetzt geht es hier weiter Richtung dieses andere X. Ja, und ich habe ja natürlich die Krallen gekriegt, die mir auch bisher noch nichts bringen. Also schätze ich mal, dass ich das hier ausmachen muss. Äh, ja, dass ich hier da irgendwie weiterkomme oder so. Keine Ahnung, muss ich da mal noch schauen. Äh, ach man. Ja, das war jetzt irgendwie klar. Äh, au, man. Äh, scheiß Fässer. Äh, hallo? Ich würde ganz gerne nach rechts fahren. Äh, na also. Geht doch. Oh. Na klasse. Äh. Mist. Guck ich da nicht lang, kann das sein. Hey. Ja. Super. Super. So, schon mal nicht. Also machen wir das Lächeln aber nochmal hier. So. Hä? Guck ich da nicht lang? Muss ich dann hier rüber oder was? Hä? Äh. Und? Oh, ich nehme mir nach. Ich brauche nur das Schwert hier. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt da hin? Ach, guck mal. Jetzt kann ich auf einmal was zuschlagen, lol. Okay. Okay. Äh. Ah, jetzt habe ich die Kallen dran. Aha. Okay. Nun dann. Da ist ein Kistchen. Das wollen wir doch gerade mal. Äh, okay. Moin, dann nehme ich aber echt jetzt mal hier Bombe weg. Machen wir das. So. Gut. Das hat es klappt. Äh. Nee. Höp, höp. Hä? Komm ich jetzt nicht hoch? Wie habe ich denn das jetzt gewechselt? Äh. Hä? Hä? Wie kann ich jetzt wieder auf Schwert wechseln? Geht das irgendwie? Ah. Mit A2. Alles klar. Ach so, das ist ja jetzt sowas hier mit mehreren Treffern, ne? Nein. Nein. Genau. Wir wollen ja hier Dreier-Combo. Wollte ich gerade, dass wir hier nachschauen. Oh Mann, ist das kompliziert hier. Hä? So. Hm. Nein. Kacke. Ich muss mich einfach nur fallen lassen da. Äh. Ne. Wo waren das jetzt nochmal? Das war hier, ne? Ne. Da. Oh Mann, oh Mann. So. Bling! Die KZ-Lacht zuletzt. Sehr schön. So. Jetzt haben wir schon mal ein Abo. Kriegen wir uns die 3 Okombo her? Äh. Ach da oben auch nochmal was? Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ha! 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 Ich will jetzt jeden Treffer haben, bevor sie zerstört wird. Geil! Sieht schick aus! Hehe! Coole Sache! Ok. Die rote Rüstung, da haben wir es schonmal. Das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja auch die vorletzte, die wir hier dann machen können. Tja, das letzte Schwert gibt es ja dann schlussendlich auch noch. Das ist ja nur die Frage, wie man da hinkommt. So, Wegkreuzung, sehr schön. Achtung, Feind! Kröten, töten! Kröten, töten! Aha, ok. Da wo ja so ne Bombe. Ok. Au! Goldpanzer ist weg. Nein! Mann, hau ab! Na also. Oh Gott, Schildkurt ist auch weg. Au! Hat er jetzt die Bombe genommen? Man weiß es nicht. Nein! Kann ich mein Ehren? Dass ich das nicht schlussend machte. Win! Auf die Body. Das ist das ein Problem. Diese Drecksbomben. Scheiße. Müsste irgendwo noch mal worden sein. Oder nicht? Gott, eine Schlimmere. Auf jeden Fall das war weniger. Und noch eine weniger. Ein Frosch. Okay, der Nebel ist auch weg. Passt. Da ist noch eine. Die brauche ich jetzt eh nehmen. Von dem her ist egal. Bitteschön. Yay! Jupp. Mach das. Gott. Thorsten ist wohl da lang, wa? Jo. Passt. Das Hammer. Was? Was? Das macht das Übel noch viel schlimmer. Aber wir Frösche werden noch aufgeben. Oh, nein. Wir werden uns in unseren Dörfen verschanzen und jeden Etranger ein Dringling zurückschlagen. Hä? Wovon zum Teufel sprichst du eigentlich? Mon Dieu! Wir werden angegriffen! Schöffe! Angegriffen? Angegriffen! Und was noch ganz schlimmer ist, sie haben unseren dernier Fluchtweg zur verlassenen Stadt gesperrt. Jetzt sind wir gefangen und sie werden uns vernichten. Beruhig dich. Niemand hält uns auf. Was können wir tun? Die Froschkopftür zur verlassenen Stadt kann man nur mit zwei Schlüsseln öffnen, die uns die Krokos und die Schildkröten gestohlen haben. Hä? Aber ich weiß nicht, wo sie sie verstecken, Bellamy. Ich werde sie finden. Dann beeile dich! Hey, warte! Neue Aufgabe. Okay. Hä? Zurück komme ich jetzt nicht mehr, oder was? Ne, sieht ja nicht so aus. Nein! Wieder was verkackt zum Einsammeln. Glaube ich. Ja, sehen wir dann. Hä? Aha. So, da ist auf jeden Fall ein Händler. Schauen wir mal. Äh, bitte. So. Ja. Genau, und hier brauchen wir hier den Herzcontainer. Jupp. Danke. So, und das sind wir auch noch mit. Kauf dir einen neuen Magiecontainer. Danke. Hey, Mister. Nicht so laut. Die sind überall, mon ami. Was ist los? Warst du schon an den Todessimpfen? No? Hm? Da soll man ganz nützliche Sachen finden. Oh, danke. Noch mehr? Oh, la, la. Ein Froschkopf amulett befindet sich in den Krokodilstempel. Du musst erst die Krokodilsträne finden, um da reinzukommen. Okay. Mon dieu. Am besten du sprichst mit dem Bürgermeister. Er weiß überhaupt mehr. Äh, ne aufgabe? Oha. Äh. Alles klar. Was gibt's hier? Hm. Das ist er, oder? Bist du Bürgermeister Gu? Oui. Ah, sehr schön. La Froschdorf ist im Moment die einzige sichere Ort. Aber wir rechnen noch in dieser Nacht mit La Attacke. In die ganze Stadt wurden Truppen gesichtet. Welche Abwehrmaßnahmen habt ihr getroffen? Oh, mon dieu. Abwehrmaßnahmen. Wir sind bloß Frösche, ami. Bien verängstigte Frösche. Das reinste Zuckerschlecken für Schunsarmee. Kay, alle unseren Hoffnungen ruhen auf dir. Herr, wenn du Froschdorf jetzt betreten möchtest, komm nur hinein und ruhe dich noch aus. Du bist, äh, herzlich willkommen. Meine Chancen, gering bis verschwendend. Froschdorf betreten. Äh, da ist jetzt die Frage, ne. Wenn ich jetzt da reingehe, könnte ich fast wetten, dass es aus ist hier. Ah, schauen wir mal hier. Also hier mit dieser Map. Und hier gibt's definitiv noch das letzte Schwert, was in dem Fall schon wieder der Trophy wäre, ne. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal. Okay. Ah, okay. Hopp, hopp. So, was ist hier? Hä? Hallo da drüben? Non, Sur sei keine Fährbetrieb. Non, aus Kriegsgründen ist die Betrieb momentan eingestellt. Aber ich muss. Non, ich setze nicht über. Non Betrieb. Non Diskussion. Es ist viel zu gefährlich auf die See. Aha. Ne, hier sind wir, glaube ich, auch falsch. Oder so. Warum ist das zu gefährlich auf dem See? Ich werde ich wohl nicht wieder los, gäh? Zuerst kamen die Gorillas. Sie plünderten mein Lager, warfen hunderte von Fässern mit Springstoppe ins Wasser und stahlen drei meiner Boote. Mon dieu, noch eines haben sie mir gelassen. Und das will ich nicht auch noch verlieren. Weischt das? Du scheinst nicht der berühmte Fährmann zu sein, von dem man mir erzählt hat. Was? Ich bin der beste Fährmann in die ganzen Süden. Ich glaube, ich bin der bessere Bootsmann. Wetten? Oh la la, du wettest auf deine Können als Bootsmann? Ganz schön mutig von dir. Aber okay, ich leihe dir meine Boote. Wenn du schneller bist, da sehe ich, gebe ich dir meine Krokodils-Amulett. Abgemacht. Wunderbar. So, Schritt eins von dem Amulett. So, jetzt wollen wir uns irgendwas im Boot drin machen. Höpp. So, passt. Na komm, dreh dich. Hallo. Ey. Controller maximal am Anschlag und da geht nichts. Fahr doch einfach. Oh man. Fahr zu jetzt. Boah. 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 Furchtbar. Ey. Das hier ist echt ein Graus. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo. Tja. Geil. Ja. Super. Muss jetzt rückwärts fahren oder was? Dass ich ja da ja weiterkomme. Ey. Ich würde ganz gerne vorwärts wieder fahren. Wie wärs wenn du mal ein bisschen mal besser reagierst? So wie ich dich hier hin drücke. Ne. Dann habe ich zum Beispiel nach links vorne und da einfach dann nach links vorne hinfahren. Hm. Was hältst du von dem Vorschlag? Alter. Ja. Ein Graus. Kann ich jetzt nicht zurücksetzen einfach. Oh man. Oh man. Oh man. Ja. Jetzt reagiert es wieder sofort. Das ist ein Witz. Ja. Und wie es jetzt normal reagiert. Oh man. Mann. Okay. Jetzt wieder nicht mehr. Mann. Fahr zu jetzt. Echt. Mit. Diese scheiß Drecksboote. Ja. so noch mal dieses wenden hallo heute noch furchtbar echt noch mal so ja sie dürfen weiterfahren was ist ich klatsche das ding gleich an die wand hallo nervt mich jetzt nicht fahr zu alter ist das nervig wahnsinn was ist denn das in keinem spiel hängt die steuerung so wie hier das ist doch der wahnsinn boah meine fresse na ob ich das jetzt so schaffen werde ich hoffe ja dass dieser scheiß endlich aufhört da ist ein echter graus hier naja heute nicht naja fällt abgelaufen ja jetzt bleib ich hier auch noch hängen ne oder naja oh man ja ja meine mutter ist abgelaufen da ne 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 das ist ja richtig klasse was sie scheiß ja also und siehe da locker ok du hast gewonnen ich halte meine wort und gebe dir meine krokodils amulett ja sehr nett weißt du wenn alles vorbei ist kannst du hier arbeiten ich bin immer auf der suche nach talentierten der männer den hammer aber da würde ich jetzt nicht gar nicht ich suche immer noch hier auf dem welchen zu dem ein schwert dann zu den letzten die nächste tropie Moment, das hier kann man jetzt öffnen, ne? Dann kann man das einfach ja mal machen. Doch nicht. Broschkopf-Ambulett. Genau. Todesdümpfe. Perfekt. Oha. Genau dahin müssen wir. Äh, ja. So. Gut. Äh. Oh, komm jetzt. Geht's da hoch, danke. Scheißding. Ja, nochmal bitte. Oh, haha. So. Ey, meine Fresse. Alter, bleibst du jetzt da oben? So, ganz ruhig. Ganz ruhig. So, wer als gedacht. So, was war wieder das? Oh, hier ist es. The last one. Pling, tanz auf der Klinge. Nice. Gott. Dann hätten wir es ja erst mal das hier. Aber ich glaube, ich komme wieder zurück, ich komme wieder weg. So, was ist denn hier? Ah, okay, helf ich. Hi. Yay. Oh, merci Amphibio. Es wird ein Bon Tag. All diese Ordi sind kein Ort für mich. Ich muss nach Froschdorfe. Jo, dann gehen wir nach Froschdorfe. So, jetzt ziehst du dich zurück hier aus dem Scheiß hier. Lauf. Mäh. Naja, aber echt hier schon mal hier dieses Schwert auch abgeschlossen. Wo ich die dann in meinem nächsten Durchlauf nicht mehr großartig einsammeln. Na, da kann ich nur da hin und auch vielleicht sein. Und dem ja, sollte es da ja eh keine Probleme geben. Hä? Äh, nee, ja nicht. Oh, was willst du hier machen? Äh. Gut, dass ich mal probiere. Kann man es ja mal, ne? Ach, guck mal, Stein. Okay, das ist eine Kralle. Verdammt. Ich bin jetzt gerade zu langsam. Ach, geil. Hä? Oh, oh. Ich habe kein Leben mehr. Hä? Was würdest du denn da nochmal geben? Äh, wenn ich das jetzt noch wüsste. Nee, nee, nee. Gut, das haben wir ja. Äh. Ah, okay. Lebenspunkte wird es hier geben. Ach komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt hier die Katzenleben, die neuen Stück, die haben wir ja. Nehmen wir ja Wurst. Dann probieren wir das so einfach nochmal. Okay, der wechselt ja relativ schnell, ja. Na, aber nicht zu schnell. Boah. 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 Bleibst du jetzt bitte da drauf? Nein. Ja. So. Ja. 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 Hör mal jetzt... Kralle. Ne, der wechselt nicht bescheiden. Ne. Ne. Aber so, okay, alles klar. Ist doch nur ne gute Sekunde ungefähr, bis er's geschnallt hat. Ha! Geht doch. Kiste! So, die war jetzt wo? Da. Äh. Ja. Nochmal einer mehr. Gut. Guck mal hier, sind wir wieder zurück hier. In Sicherheit. Da, 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 da. Hä? Lauf doch einfach weiter. Gott sei Dank. Geben wir das jetzt auf? Ja, ne? Ah, ich brauch beide dafür. Okay. Okay. So, Todesünfe ist gecleared. Äh. Äh. So, der Händler aber hier hinten, ne? Ja. Ja. So, wir gucken, ob's da jetzt noch mal was Neues gibt. Hallo, mein Freund. Ihr kreucht und fleucht ne Menge rum. Baaah. Hm. Ja, alles klar. Gibt's nichts Neues. Gut. Dann höre ich an dieser Stelle erst mal auf. Sagen wir natürlich wieder vier der Zuschauer. Ne? Ein paar Trophys haben wir ja wieder. Ähm. Ja. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Mal schauen, was wir da so hinkriegen. Und bis dahin wünsche ich was, ne? Haut rein. Servus. Und ciao. .... .... ... ...